Hörmann Intralogistik hat beim Wärmepumpenhersteller IDM ein innovatives Logistikkonzept umgesetzt. Die erste Zielstellung war eine höhere Leistung. Nummer zwei Bestandssicherheit und die dritte Zielstellung ein effizienter Materialfluss. Von der Planung bis zur Fertigstellung und das alles aus einer Hand. Hörmann Intralogistik war im Nachhinein betrachtet der richtige Partner für uns als Generalunternehmer, dieses Projekt in kurzer Zeit umzusetzen und die hohe Nachfrage an unseren Produkten skalieren zu können. IDM Energiesysteme hat einen Sitz in Matra in Osttirol. Was machen wir bei IDM? Wir entwickeln, wir produzieren und wir vertreiben regenerative Wärmeenergiesysteme, vorwiegend Wärmepumpen im europäischen Raum. Unsere Problemstellung war, dass wir in relativ kurzer Zeit von 3.000 Einheiten auf über 30.000 Einheiten skalieren mussten und wir haben relativ schnell gesehen, dass die Logistik unserer Problemzone ist. Hörmann hat für diese Aufgabenstellung das ideale Portfolio. Wir haben über Jahrzehnte eine branchenübergreifende Erfahrung und Kernkompetenz in der Planung und Realisierung von automatisierten Intralogistiksystemen entwickelt, in Kombination mit den begleitenden Services. Bei der Realisierung des Systems für IDM gab es einige wesentliche Herausforderungen für uns dann zu meistern. Die wahrscheinlich ansprachvollste war es, zwei unterschiedliche automatisierte Lagersysteme, die auch noch asynchron arbeiten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, so zu steuern, dass die kommissionierte Ware exakt zeitgleich am Kommissionierarbeitsplatz aufschlägt. Daneben hatten wir die Aufgabenstellung, Bestandslagersysteme, die bereits grundseitig betrieben wurden, in unser Warehouse-Management-System HILIS einzubinden. Global galt es zu realisieren, dass unterschiedlichste Gebindegrößen im Materialfluss effizient und zeitgerecht bei den Arbeitsplätzen und in der Produktion angeliefert werden. Unsere umfassende Lösung für diese komplexe Aufgabenstellung besteht im Kern aus einem Multi-Solution-Lagersystem. Unser Herzstück, das Warehouse-Management-System HILIS. Mit seinem flexiblen, modularen Aufbau sorgen wir dafür, dass sämtliche Kundenprozesse voll digitalisiert und maßgeschneidert in allen Prozessbereichen abgebildet werden. Effizient und zeitgerecht nach dem Just-in-Time, Just-in-Sequence-Prinzip. Papier getriebene Prozesse, Laufzettel, gehören damit der Vergangenheit an. Daneben war es für IDM insbesondere sehr, sehr wichtig, zu jedem Zeitpunkt absolute Bestandstransparenz, sprich Bestandssicherheit zu haben. Das größte Lagersystem von allen ist das automatische Hochregallager. Mit seinen drei Gassen werden bis zu 93 Paletten pro Stunde ein- und ausgelagert. Diese Paletten tragen unter anderem Fertigware wie auch Ware für die Produktionsversorgung. Unser innovatives, platzsparendes Autostore-Kleinteile-Lager ist ein weiterer Bestandteil bei IDM. Autonom fahrende Roboter sorgen dafür, dass die Kommissionierarbeitsplätze, auch Ports genannt, jederzeit mit Ware versorgt werden. Daneben wird die Elektromontage im Obergeschoss über eine Fördertechnik mit Behältern versorgt. Mit dem Autostore und dem Hochregallager schaffen wir es jetzt ausreichend Vorräte für unseren Produktionsstandort vorhalten zu können. Durch die Heilig Software wird gewährleistet, dass die Systeme energieeffizient betrieben werden. Wichtig ist es natürlich, wenn man so ein System ändert, dass man auch die Mitarbeiter mitnimmt. Wir hatten eine anspruchsvolle Hochlaufzeit, aber in Zusammenarbeit mit der Firma Hörmann Intralogistics haben wir das System dann sehr schnell zum Laufen gebracht. Ein Vorteil war klar auch in der Arbeitssicherheit. Wir haben sehr viel manuellen Staplerverkehr gehabt in der Vergangenheit. Durch die ganze Fördertechnik haben wir das jetzt auf ein Minimum reduzieren können. Und ein anderer Riesenvorteil ist, durch das intuitive Bedienkonzept der ganzen MDEs und Scanner können neue Mitarbeiter sehr schnell in das System eingearbeitet werden und es können Fehler vermieden werden. Zusammengeführt wird die Groß- und Kleinteile-Lagerlogistik im Kommissionierbereich. Hier haben wir es mit der sehr komplexen Aufgabenstellung zu tun. Auf der einen Seite aus dem Autostore-Kleinteile-Lager und auf der anderen Seite aus dem Hochregallager für einen und denselben Auftrag, zeitsynchron Ware zum Kommissionierarbeitsplatz zu bringen. Im Kommissionierbereich sorgt maßgeschneiderte Fördertechnik von Hörmann-Kladt-Conveyors für einen optimalen und effizienten Materialfluss. Arbeitsökonomie und die Entlastung der Mitarbeiter ist für IDM ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dies ermöglichen wir durch Ware-zu-Person-Kommissionierung wie auch durch Hebevorrichtung an den Paletten-Kommissionierarbeitsplätzen. Während der Ausschreibungsphase hat Hörmann Intralogistik schon sehr interessante Ideen eingebracht. Dann war die Vergabe da. Wir konnten das relativ schnell mit Handschlagqualität abwickeln. Und dann hat das ganze begonnen, das richtige Abenteuer begonnen. Wir waren mitten in Corona, wir waren mitten in einer Winterbaustelle und Hörmann hat da unter diesen schwierigsten Bedingungen trotzdem die Termine gehalten. Mit diesem Projekt haben wir es geschafft, hier am Standort die Eskalierbarkeit herzustellen. Das war ein voller Erfolg und wir planen bereits ein neues Werk mit diesem System auszustatten. Mit IDM war es eine tolle, konstruktive, sehr angenehme Zusammenarbeit. Für Hörmann gesprochen. Wir hatten es mit einigen sehr spannenden technischen Voraussetzungen zu tun, die wir erfolgreich gemeistert haben. Und darüber freue ich mich.